Ich mache jetzt einmal etwas eher untypisches. In Bezug auf die Glock habe ich mich ein ganz klein wenig informiert und wollte mal wissen, wie genau sagt denn Glock, soll diese Pistole von Ihnen, egal welches Modell, denn geschmiert werden. Das war relativ interessant, das mal zu sehen auf verschiedenen Videos, aber auch aus der Bedienungsanleitung heraus. Ja, ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Das kommt bei mir eher selten vor. Die offizielle Glock-Methode ist dreigeteilt und zwar der Reihe nach. Eins, zwei, drei. Diese Zahlen stehen für die Anzahl Tropfen Öl, die pro Bauteil eingesetzt werden. Ein Tropfen, zwei Tropfen, drei Tropfen. Das ist relativ einfach letzten Endes nachzuvollziehen. Ich erspare mir jetzt hier irgendwelche Putzereien und so weiter, denn darüber habe ich schon genug Videos gemacht. Was ich hier verwenden werde, ist das 2-in-1 Gun Tuning Öl von Schleteck. Und zwar, wir fangen an mit dem Griffstück. Hier kommt genau hier oben rein, wo das Abzugsystem letzten Endes Reibung verursacht. Und zwar genau da drin. Dazu nehme ich meinen Precision Pin. Dann setze ich genau einen Tropfen dort oben rein. Dann bewege ich das ein bisschen hin und her, damit das Öl sich einarbeitet. Mehr braucht es am Griffstück nicht. Ein Tropfen. Als nächstes kommen wir zum Lauf. Hier benötigen wir zwei Tropfen. Ein Tropfen kommt hier hinten rein. Kann ich mit einem kleinen Läppchen, das in ganz klein wenig, verteilen, aber nicht entfernen. Und dann brauche ich von hier bis hier ebenfalls einen Tropfen. Der kann ruhig ein ganz klein wenig größer sein, da ich dieses Öl jetzt einfach hier ungefähr die Hälfte vom Lauf verteile. Mehr bedarf es nicht. Das sind die Bereiche, die Reibung verursachen. Wir haben hier verursacht, dass hier Reibung und dann haben wir hier natürlich das Schlossstück, wo es hier drin sich verriegelt. Und jetzt kommen wir dann zum Schlitten. Hier brauchen wir drei Tropfen. Ein Tropfen kommt in diesen Bereich hier rein. Das ist der Bereich, wo die Reibung hier oben von der Patronenkammer von oben entsteht. Einfach ein bisschen drin verteilen. So, und dann brauchen wir jeweils einen Tropfen hier in der Rille und hier in der Rille. Da einfach einen Tropfen rein träufeln. Da einen rein träufeln. Und dann runterlaufen lassen. Wenn man eine vernünftige Ablagefläche hat, dann kann man das einfach hier ein bisschen abstellen. Und ein bisschen runterlaufen lassen. So, ist das Öl entsprechend runtergelaufen, kann ich die Pistole direkt schon wieder zusammensetzen. Überschüssiges Öl wird entfernt. Funktionsüberprüfung. Hier sagt Log auch, prüfen, ob der Reset funktioniert. Und das war alles, was zum Schmieren Ölen einer Glock erforderlich ist.